Ein Lied aus dem russischen Reion. Der Reion war das Gebiet in Russland, wo Juden leben durften. Die durften nicht überall leben, vor allem nicht in den großen Städten. Und einer der am wenigsten angesehenen Berufe war der des Kutschers, also Lehrer oder Kaufmann oder Schuster wäre ein angesehener Berufe gewesen und dann natürlich Chasen und Kantor in der Synagoge vorbeikten in der Synagoge. Und der Kutscher da erzählt, ich habe eine schöne Kutscher mit schwarzem Leder, zwei Pferde wie Löwen, aber die Räder drehen sich nicht, die Pferde gehen nicht. Ich hätte gerne ein Glas alle Brandwein, meine Frau schimpft mit mir. Wenn ich einen Stein sehe, dann setze ich mich hin und rein. Ich wäre gerne ein Schuster, aber ich habe keine Ahle. Ich wäre gerne ein Kantor in der Synagoge, aber ich habe keine Stimme. Ich wäre gerne ein Kaufmann, aber ich habe keine Ware. Ich wäre gerne ein Lehrer und ich verstehe nichts von der Tora. Habe ich mir ein Spahn bedeckt mit schwarzem Leder, zwei Leben Pferd und vier Räder. Und die Räder drehen nicht und die Pferde gehen nicht. Und die Weib, sie schült sich, gläserle Brampfen, bült sich. Seh ich mir ein Stehen, sitz ich mir und wein. Und die Weib, sie schült sich, gläserle Brampfen, bült sich. Seh ich mir ein Stehen, sitz ich mir und wein. Wollt ich gewäh, schült sich, gläserle Brampfen, bült sich. Und die Weib, sie schült sich, gläserle Brampfen, bült sich. Seh ich mir ein Stehen, sitz ich mir und wein.